Wo waren das damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon am Anfang gespielt, wo die Arena neu war. Die Hörer. Vor allem Kev in seinem Arena-Wort-Vergleich. Ich muss das Auto definitiv nochmal umbauen. Ich habe einen episch Endeavor, hier. Flag war. Geh es zurück zu deinem Basis, dann mach alle anderen um dich für dich ein Loser. Es fühlt sich wie die Internet. Komm schon, es hat uns alle so glücklich gemacht. Ich liebe die Social Media, besonders die Fotos. Das wird ein tolles Spiel. Oh, sie haben die Flagge. Oh, das ist humiliatend. Oh Mann, ein Head-Arm-Crash. Ja, Markus, wir sind auf der selben Seite. Sehr gut. Hertha mit der Scheiß-MG. Scheiße, zu schnell. Ich bin so glücklich. ich finde es ein bisschen unfair mit dem gs anzukommen machen ja aber das ist halt unfaire damit soll mit leute wir haben sie vorgefertigte autos und du machst da mit einem spezialwaffen weißt du auch auf Wir haben die Maschinen die Maschinen. Sei vorsichtig. Oh, eine Flagge hat sich genommen. Das Ding ist nach Hause. Das ist ein noise. Und diese Flagge hat sich geliefert. Fantastisch geliefert. Oh, eine kleine Aktion. Die Flagge ist geliefert. Wow, ihr sieht das? Und diese Flags ist geliefert. Das macht die andere Menschen etwas. Das fühlt sich nicht gut, bedeutet es? Das macht die Flagsgeist. Das macht die Flagsgeist. die abschließen wir auf alles beim kenten verballert wie sagt sie mal das auto es war und es ich glaube nicht dass du dich komplett verlieren können sondern du bist halt für eine gewisse zeit raus jetzt mit respawnen ja ja weg da clock down to the final moment looks like some wealth has been redistributed that clock is gone ja das haben sie aber gefunden miss trotzdem habt ihr gewonnen steve du magst irgendwie den kleinen easy ne das heißt eigentlich habe ich kurz zeit verschwendet morgens jetzt noch was gesagt mensch ich wusste nicht was zu machen wir haben kevin georgert die ganze zeit mit der scheiße mg oder mit den komischen min die das jetzt auch erst mal haben legen die ganze zeit die dinge drei viermal danach bekommen da kannst du nicht machen jetzt stell dir vor du hast in der öffentlichen lobby ich finde es persönlich ein bisschen unfair weil wir können sich werden und du kannst die dinge die leute da weg schießen kev alter hast du gerade nicht zugehört was er dir gesagt und gefragt hast du nicht zu werden leute mitreden er hat gesagt wenn er das ein öffentlichen lobby macht was er für spaß hat und du redest schon wieder nur darüber dass du geärgert wirst das ich habe schon verstanden was er meint klar mehr auf wenn wir so was anderes aber ich finde das jetzt hier ein bisschen unfair persönlich ja meine meinung mehr ein ja aber nein alles gut ich habe es den kopf ja den kraft dann hat das da ist die karte besser zu händeln ja aber ich schon ich spreche nichts ich habe ich kann fliegen hast du das habe ich ja gar nicht selber gefunden Ah schade, bei mir hätte es ihn gekriegt. Huch, ich bin schon hier gelandet, ich weiß ja gar nicht. Nicht schon wieder. oh das Was war los Kevin? Du weißt genau was los war. Ich verstehe gerade die Aussage nicht. Vor allem kann das sein, dass wir immer dieselbe Runde formen? Autos Achtung! Oh Scheiße, ich habe nie getroffen. Blief, machst du noch mit? Das war knapp! Ich habe deine Kaugel sind ganz schön ramponiert. Warum auch immer. Alter, wetscht er sich da noch durch? Oh, der Gmar. Oh, der Gmar. was sehen wir das ding ohne probleme gewonnen das ist einfach nur meine meinung ich finde es persönlich ein bisschen unfair aber wie gesagt mach wie du das möchtest passt schon das problem ist ein anderes das problem ist das was ich euch die ganze zeit gesagt habe warum das so schwierig ist die die spielisten durcheinander zu möchten weil du kannst solche modi hier nicht mit vier leuten spielen das geht einfach nicht es ist sinnfrei es ist absolut sinnfrei solche modi mit vier leuten zu spielen alles gut wie gesagt ich habe nur meine meinung geäußert ich finde mit dem ding mit der dass du der auto hat mit dem g und alles drum und dran völlig persönlich 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 wenn die anderen es nicht haben aber wie gesagt das ist meine eigene persönliche meinung wir spielen das normal weiter ich werde mich auch nicht auf sondern einfach nur normale kritik von mir das problem ist nur wenn ich die dinger setzte noch nicht selber hoch mit aus alles gut wollen wir weiter ich schreibe mich auch nicht angepasst aber eine normale aussage ja 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 mal weg ja 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 Alter, ich habe gerade nie die gemacht auf zwei Rädern. Nein, und ich schreibe noch selber. Vergiss es, wir haben hier Krach. Kevin, ich liebe dich doch, mein Sonnenbergen. Ja, es skippte gleich. Ja, Mann. Geh mal weg. Ey, was ist denn jetzt los? Ich hoffe, dass das nur ein kleiner Disconnect war. Also zumindest ist es eine Party. Da ist auch das Spiel raus. Okay, dann war es wahrscheinlich wirklich nur ein Disconnect. Jo, super, dann habt ihr gewonnen, weil ich kann es nicht alleine richten. Ja, Kevin, wo willst du denn hin? Oh. 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 Ich hab die ganze Zeit den Grabstein gemacht, scheiße. Ich hab's trotzdem noch abgeliefert. Das Problem ist einfach, dass der jetzt hin und her geht, von der Zeit, der ich jetzt zum dritten ist es halt jetzt ein bisschen öde. Das habe ich ja gerade gesagt, es ist blöd, solche Modi zu machen mit vier Leuten. Ja, dann probieren wir uns raus, wenn man so wenige sind. Ja, aber dann heißt es ja wieder, die Playlist ist immer so eintönig. Ja. Alles gut, dafür probieren wir es doch. Wie soll ich das schon sagen? Ich würde ja gerne solche Modi hier spielen, aber solche Modi hier machen halt erst sechs, acht Leute erst Sinn, wenn man mehrere Leute hat, die man auch aufhalten kann. Ja, weil das geht jetzt hin und her, der eine nimmt die Flagge, der andere... Ja, das ist... Und ich spiele das Spielstück quasi jetzt wieder weniger gerade alleine, weil... Ihr werdet das Ding gewinnen, weil in dem Moment, wo ich den Ausgleich mache, geht der Nächste vorne wieder und macht den Punkt. Ich kenne eine Muche, die ist ja nicht zusammengefahren. das sieht aus war es gleich hier habe ich noch mal geschrieben ob das die zurückkommt ich schreibe gerade ja das ding ist wir können das jetzt hier abbrechen die spielliste weil das halt keinen sinn macht zu dritt ja dann muss man mal gucken was man machen soll der kürzere zeit ja also genau also raus schade wir haben gern weitergemacht schade schade wo seiten hier gelandet allein eine einladungslobby flugplatz glaube ich ist das aber ich bin nur alleine ja wir sind alle und wir allein auf einer lobby na gut die frage ist was machen wir jetzt noch zu dritt so quasi damit so etwas wenn brechen wir hier ab machen wir weiter wird irgendwas anderen ja keine ahnung wir haben jetzt gegen 14 uhr ich gehe auf klo ja ich habe jetzt gar keine mp benutzt doch es waren die ganze zeit noch welche da aber und die von mir ja keine ahnung es waren aber auf jeden fall noch welche da die waren diesmal nie von mir ich finde es halt nur doof wenn man dann gleich raus geht und wenn man nicht miteinander redet aber da verliert nicht gerne kann das sein keine ahnung ne immer wenn er irgendwo was verloren hat war angepisst habe ich so einen eindruck gehabt kannst du hast man deine lobby einladen und dann mal gucken was wir machen und jetzt bin ich rausgegangen aus der lobby ja ich habe euch jeweils mal in die lobby eingeladen das war wir hätten es jetzt fast mal geschafft die liste zu ende zu spielen wir haben schon meine liste zu ende bespielt ach der ist frei jetzt das war kein disconnect oder was nein nein das aus dann machen wir was anderes oder dann laden versuch den bitte noch mal einzuladen ja das ist halt ich habe ja meine meinung auch dazu geäußert alles gut und ich